Jote, was geht? Jetzt kommen wir in einer weiteren Folge Minecraft-Fahrung mit Malix und dem... Nee, keine Lust mehr. Tschüss. Okay, ja. Jedes Mal beginnst du die Folge so schnell. Nee, also der Alex macht definitiv zu schnell. Ich bin schon im Server. Ich auch? Dann würde ich sagen, es bleibt Minen, weil ich mir zugebaut habe. Genau, das haben wir nämlich vor. Ähm... Ach, hier, okay. Weiter, weiter, weiter. Äh, in 8 Minuten ist bei mir anscheinend die Aufnahmezeit schon zu Ende, aber die betrügen uns alle. Ziemlich Betrüger sind das. Ähm, ich sammle hier ein bisschen das Iron, sammle ich trotzdem noch ein. Mach das, mach das. So, ich stell mir auch den Timer ab jetzt wieder, wenn ich den ganz kurz mal finden würde. Jo, mach das. Okay, der Timer ist gestartet, in 15 Minuten bimmelt das Ding wieder. Ich mag's nicht, wenn's bimmelt, das ist so laut. Ja, ja, das zerplatzt alle Ohren. Ja, das suche ich. Boah, nee, mein Handy hab ich sogar auf Brumm gestellt, ey. In der Skype-Gruppe, die Skype-Gruppe nervt mich so tief an, Alter. Hier ist Licht. Schau mir schon an, die Seitengänge zu bauen. Pssch, Alex, pssch, pssch. Ich hör das weg. Was ist das denn? Pssch, Alex, pssch. Was ist? Ich glaub ich hab irgendwie Lava. Was? Ich glaub ich hab Lava. Lava? Ja, und ich hab Hürztung gefunden. Lava? Ja. Oh, Mist. Diamanten! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich will auch einen abbauen, weil dann kriegen wir nie wieder den Erfolg, während wer anderer da ist. Oh mein Gott! Diamanten! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab den Kotzeck geschmeißen dafür. Und wir können einen Verzauberungstisch machen. Ja, hier fünf Stück kommt. Äh, ich hab gar keine, die man, ja genau fünf, ja. Hm, gut. Okay. Oh ja, geil. Äh, und jetzt zurück? Ja, nein, du musst hier hin zurück. Du bist gemein. Voll das Glück Pils. Hab jetzt keine Lust mehr drauf. Tschüss. Ja, oh, ich bitte nicht. Tu dies nicht. Okay. So. Wir sprinten jetzt aber wirklich mal so richtiges Sprinten, weil wir keine Zeit verlieren. So. Ähm, nee, aber wirklich, in meiner Nähe ist irgendwo Lava und hier ist auch Licht rausgekommen. Also... Hört sich sehr stark nach Lava an. Sehr stark. Oh ja, na... Äh, ich hab's definitiv links gehört. Irgendwo da ist Lava. Ganz Nähe. Ganz Nähe. Hm? Das hab ich gesagt. Ganz Nähe, Claire. Ganz Nähe. Ganz Nähe, ja. Ganz Nähe. Ich glaub, die ist ganz Nähe von dir. Ich glaub das auch. Aber ich bin mit allen immer lauter. Das wird immer lauter. Oh, Digga ist richtig laut. Ich hab's richtig blubbern. Ja, hast du richtig blubbern? Ja, hast du richtig blubberflutzen? Hast du dann später Lust auf ein Lava Bad? Auf jeden Fall. Da würde ich schon... würde ich schon enjoyen. Boah, es wird wirklich immer lauter. Ich muss eine Eisenspritzhack jetzt weiter bauen hier. Boah, es ist so laut. Hab das Gefühl, es ist in mir. Oh, es wird richtig laut sein. Mal ruhig. Da ist die Lava. Mr. Lava Lava Mr. Lava Lava Ist wie Lava? Würde ich schon sagen, ja. Wird das gerade von 1 bis 10? Äh So wie es ausgesehen hat, 9. Hier ist auf jeden Fall LAPIS. Nice. Ich habe schon, also es ist echt krass. Ich muss öfters mal mit Alex, wir müssen auch unbedingt mal wieder Minecraft hier ein bisschen trainieren. Weil... Ich bin voll durchtrainiert. Ja, du, aber ich nicht. Weil wenn jetzt ein Gegner käme, ich würde, glaube ich, wir könnten nicht in den Kampf eintreten, weil ich einfach zu schlecht bin. Ach Klee, du bist für mich, du möchtest schon immer an dem Beste. Das schweißt du, mein Schatz. Oh, das hört sich süß an. Über die Diamanten, das habe ich gerade ein bisschen gefreut, muss ich sagen. Die Aufnahmezeit von Klee sind 3, wir sind vorbei. Ah, ich glaube, danach muss ich nochmal neu joinen und das wird richtig nervig mit dem ganzen Außer... Die ganzen Außer? Ja, außer es setzt mal irgendjemand zurück. Vielleicht der Mr. Krasi. Ich habe LAPILIUS gewonnen. Ach cool, habe ich ja noch nie gehört. Finde ich aber krass. LAPILIUS. LAPIS LAPILIUS. Wow. Ganz viel LAPIS PALILIUS. Super toll. Oh, ich habe zu viel LAPILIUS. Da ist der Lava-See. Ich habe der Banten! Warte, ich will gucken, ich will gux ihn. Ich will gux ihn. Gux ihn. Du musst warten, wo Lava ist. Wo bist du? Meinst du, mein Gang? Jetzt, leh, wo bist du? Ich finde ihn nie. Ich muss es suchen. Beste Antwort. Oh, so zähl, da passt nichts hier einfach, ey. Ja, ich habe halt gerade keine Lust, so in die Lava zu fallen, aber okay. So, bauen wir das hier mal auf. Ja, aber gut, umkreisen. Ja, bauen wir auf. Meine Schatzis. Oh, da sind noch ein paar Diamanten. Nice. Lol, wie viele. Wenn wir jetzt Obsidian... Du hättest aus der Lava Obsidian machen können. Da ist noch Lava drunter. Da ist noch Lava drunter, Chilli. Ja, kann ich, den mache ich ja schon mal. Hier ist keine Lava drunter. Psst. Ich höre sie. Hier, 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 hier. Hier. Okay, wir brauchen aber drei, ne? Ja, dann mach du, boh, du isst, wenn ich jemanden habe und ich mach hier. Mach das. Warte, hier ist die Quelle. Ja, mach halt. Hier funktioniert nicht, wenn du Wasser drauf tust. Du musst die Quelle hier aufbauen. Ja, ein Obsidian. Soll ich mal? Es wird ein Obsidian. Ich brauche nicht unter mir. Äh. Aber doch nur, guck mal, passt so. Oh, gut, richtig viel. So, super, toll. Okay, ich brauche mal die Diaz ab. Ich brauche mal kurz auf der Fackel hin. Eins, zwei, drei, vier. Ja, magst du die nehmen? Ja, ich habe schon fünf, deswegen. Okay. Okay, jetzt müssen wir noch kurz Crafty-Table machen. Ja, aber nur eine Diaz spitz. Kannst du bitte Ofen machen? Äh, ich habe Ofen, zufällig hier. Einen oder zwei? Ja, ein bisschen mehr bräuchte ich. Ja. Drei Stück kriegst du. Mehr nicht. Du musst gleich mal eine Maria joinen, ne? Deh, der Iron ist hell. Ehe. Ich habe ein bisschen geformt. Ich teile es Iron mal auf, sonst dauert das zwei Stunden. Ja, mach das, mach das. Ich bräuchte aber ein bisschen Kohle, damit das auch weitergeht. Ja. Hier in den Ofen, der, was dahinter noch steht, müsste es da Iron noch ein paar. Kannst du kurz warten, ich nehme gerade auf. Ich nehme jetzt gerade auf. Jo, und? Du schaust sie auf. Okay, ich bin jetzt wieder auf dem Server. Nimmst du bitte dein Klamm und noch raus? Ja. Ich werde abstehen. Weiter. Ja, dann machen wir das jetzt in die Hände, meinst du. Heid, nach. Wolken. Gut. Ja. Alles klar. Ja, da hat wohl wer keinen Bock gehabt, leise zu sein. Das ist auch so ganz gern. Das tun die ganz gern bei Alex. Das ist aber Alltag. Naja, kann ich kurz raus. Also willkommen dann bei Mitten im Leben von Alex. Das finde ich auch sehr interessant immer. Diese Folgen, die müsst ihr euch alle reinziehen. Die finde ich echt gut. Dann nimmst du auch mal das... Ja, okay. Was ist das hier eigentlich? Ganz viele Sachen. Okay. Hat sich gerade so ein bisschen angehört wie die Spannung. Spapp. Wer ist das? Mein Vater. Ich habe Gold gefunden. Ich bin ein Goldgräber. Ich habe gerade nichts gehört, wenn ich alles rausgekattet habe. Du hast es rausgekattet? Bei mir ist es drin. Bei mir ist alles live. Oh Gott. Also Leute, bitte jetzt alle mal ein Dislike bei Alex da lassen, dafür, dass er das rausgekattet hat und alle mal zu mir gucken und ein Like geben. So. Gut. Ich weiß nicht, vielleicht karte ich es auch nicht raus. Ich habe mein Vater gerade den Wäscher reingebracht, weil er hat so gesagt, bring das mal weg, Alex verteilt das mal auf die Restliebenzimmer, weil er kein Bock drauf hat. Komm, ich mach mal kurz den Schaden, ne? Ja, mach doch. Mal so nebenbei. Mach doch. Ey, willst du schon mal eine Runde entscheiden? Ne, ich finde das eigentlich nicht besonders. Dann nimm dir einen Spitzhacker, da? Okay, du nimmst das Eisen immer und, ne, obwohl Eisen braucht jeder immer wieder. Dann nimmst du das ganze Gold. So. Digga, ich habe zu viel. Willst du mich picken? Ne, eigentlich nicht so. Tue ich auch nicht so gerne, weil es... Magst du nicht so gerne? Ne, weil auch du das bist, ne? Also von daher. Also der Inventarplatz ist schlimmer, als ich dachte. Was machst du? Da oben ist Lava. Oh. Ich habe gerade Lava gehört. Ich habe was angezündelt, weil ich... Das warst du, 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 du Teufel. Ich habe was angezündelt. Du Zünder. Ich zündler. Du bist schon so ein Feuerstarter. Ach, komm, den einen Bogen auf dem... Der ist mir jetzt auch egal. Okay. Das ist eine sehr unterhaltende Folge übrigens. Ein, fünf Minuten ist die Folge auch zu Ende. Ja, 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 zäune mich ein. Ich bin auch ein Hund, ne? Finde ich nicht gut. Au. Das ist ein Dummkopf. Ja, wasser. Verrottetes Fleisch, lecker. Mh, yum, yum, yum. Mh, das gefällt mir. Wieso isst du das? Ja, ich mag verrottetes Fleisch. Ja. Gefällt mir gut. Wollen wir schon was entscheiden? Ich habe schon wieder Hunger. Warum? Ja, ich habe 16. Ha, ich bin besser als du. Hast du noch genug Lappinitz-Lösuli? Ja, mach dir ein besseres Schwert. Also mach dir ein neues. Was hat das Ganze? Wollen wir uns zwei Dierschwerter machen? Ja, mach uns mal zwei Dierschwerter. Können wir deine Bücherregale ausmachen? Ach so, nee, 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 nee. Warum? Nee, keine, keine Dierschwerter. Ja. Das tut mir nicht leid. Nimm. Alex. Nicht gut. Ja, aber was willst du mit den Dierschwertern? Gut. Was willst du denn mit denen? Ja, ein Schlimmchen. Gib den wieder. Ich wollte die einkassieren. Ja. Ach man, Alex. Was willst du denn? Vier Diers verschwendet. Ja, für gute Schwerte. Oh, Alex. Aber die kann man nicht hochzüchten, die Schwerter. Die sind aber toll. Die sind Trottel. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt kannst du das andere, was wir noch verzaubern wollen, auch ansagen. Ambus können wir uns übrigens schon leisten. Erstmal die Verrüstung. Erstmal die Verrüstung verzaubern. Stell das Ding jetzt auf. Alles auf Level 1. Alles auf Schutz. Hä? Ach. Ja. Leck. Alex? Oh, das war gerade ein Server-Lack. Das ist schon eins. Äh. Es leckt gerade. Alex? Ach so. Man kann den nicht gleichzeitig benutzen. Das haben sie geändert. Ja, okay. Dann mach du mal. Alex? Alex? Hallo? Alex? 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 Alex, du leckst gerade bei mir richtig krass. Hä? Ist der TS down? Hä? Wer ist jetzt down? Bin ich down oder ist der TS down? Hä? Nee, alles, was mit Quaro zu tun hat, ist down. Warte mal, Leute. Error. Okay, Leute. Wir reden. Ganz kurzes Problem. Und hier kommt einfach ganz kurzer Cut rein. Und hier kommt einfach ganz kurzer Zeit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020